Musik Oh, ich hab mal einen Willen gekriegt, wir müssen jemandem helfen oder dürfen. Da vorne hat sich ein Wohnmobil festgefahren, der ist richtig im Treibsand versunken mit der Vorderachse. Unser Bergematerial kam ja leider nicht mehr rechtzeitig, müssen wir gucken, dass wir das mit dem hinkriegen, was wir jetzt haben. Und was er dabei hat, schauen wir mal. Sehen wir schon raus. Da steht er, da steht er. Scheinbar wird sich die Hoffnung meines Mannes jetzt zerschlagen, denn gerade ist jemand mit Blinky auf dem Dach hergekommen. Und offenbar möchten gerne die Dänen diesen verunglückte Wohnmobil da rausziehen, kostet ja auch mehr Geld nicht. Er ist auf dem Campingplatz da hinten, dem hat das einer gesagt. Das hab ich mir schon gedacht, als ich den Blinky gesehen hab. Aber ich hab's zu spät gesehen. Er verdient sich dann mit seinem Taschengeld. Und Brüll und Mecker und Schimpf und Mitte. Arme Seelelei. So, da, da hat er. Oh, ach guck. Und zum Schluss noch. Ja, und an dieser Stelle fängt ja die Action an. Von daher mal kurz der Hinweis am Ende des Videos. Folgen noch ein paar Worte zum Berge-Material und durch diesen Einsatz. Und dann, wo die Dänen sind. Papa muss doch helfen. Der Däne schafft es nicht. Da ist ein blinker Auto. Hatte irgendwie nicht genug Kraft für dieses Untertüm. Der Dänen steckt auch bald mit der Schulze-Fecke fest. Und spielt dann Schneepunk. Und so weiter macht. Eckpanja mal gespannt, ob das bei uns nicht besser aussieht. Aber bleibt zwischen Becken, ja? Nicht, dass es doch heiß. Na ja. Guck an, wir sind ein bisschen andere Gewichte hinter. Wenn du ihn kaputt machst, dann ist er aber ärgerlich. Oh, der Nebel zieht ja schon wieder auf. Ja, für beide 160 Euro bezahlt, sagt er. Haben wir auch so ein schönes Seil später mal? Genetisches kaufen wir nicht. Wieso nicht? Ich dachte, das wäre toll. Das brüllt auch. Wer er macht, was hat er. Dann setz du dich mal rein. Dann setz du dich mal rein. Wir mussten, ohne dass der Gang drin hat, raus. Gebrüllt hat's gerade. Stoppen soll er den Versuch. Der Wohnmobilist macht irgendwas falsch und jetzt sollen wir wohl den anderen rausziehen, ohne dass der einen Gang drin hat. Also er soll jetzt gar nicht mehr mithelfen, weil er schafft es überhaupt nicht. Irgendwas macht er falsch. Und André versucht jetzt den Dänen dazu zu bringen, sich beim Wohnmobilist mit reinzusetzen. Damit das besser funktioniert. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Lustig ist es nicht. Ich muss dich. Warte! Das ist so. Ging ja jetzt doch viel einfacher, oder? Ja, und an dieser Stelle hat dann der Wohnmobilist beschlossen, dass es ihm noch nicht reicht mit dem rausziehen. Er möchte gerne noch ein Stückchen weiter gezogen werden. Also habe ich ihm auch diesen Wunsch erfüllt. Dabei hat er aber die Räder irgendwie quergestellt auch noch. Also so ganz gut angestellt hat er sich leider nicht. Aber naja, wir haben's ja hinbekommen. Mach kurz, wo es ist. Wir haben noch ein paar Worte zum Bergmaterial. Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir zwei kinetische Seile verwendet. Die waren relativ günstig, daher wahrscheinlich nur für den PKW-Bereich geeignet. Das war schon das erste Problem. Das zweite war, die waren mit einem Schäkel in der Mitte verbunden. Das macht man eigentlich überhaupt nicht. Und wenn man sowas schon macht, dann legt bitte eine Decke in der Mitte drüber, dass wenn das Ganze reißt, das Ganze einfach nach unten fallen kann. Wir haben mittlerweile vernünftiges Bergmaterial, was auch für den LKW geeignet ist. Also so auf jeden Fall nicht nachmachen. Da war eine Menge Glück im Spiel. Und wie sich im Nachhinein noch herausgestellt hat, war es sogar so, dass der Wohnmobilfahrer zumindest am Anfang auch noch voll auf der Bremse gestanden hat. Und ich ihn deshalb nur im ersten Gang in der Geländeuntersetzung vorwärts bekommen habe. Das heißt also schon mit ordentlich Drehmoment und es war mehr Glück als Verstand, dass da nichts weiter passiert ist und die Seile nicht gerissen sind. Die Schäkel waren natürlich auch nicht unbedingt für den LKW geeignet. Und von daher viel Glück gehabt. Und so bitte nicht nachmachen. Spaß gemacht hat es natürlich trotzdem. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.